Ja, wir sind tatsächlich Blutsauger. Trotzdem, er ist noch viel größerer, also was soll's. Wir müssen die Kanalisation und Waffen warmlegen, lahmlegen. Hört sich einfach an, ist es eigentlich auch, aber nicht für mich. Mich kennt man ja, ich schaff's vielleicht nicht beim ersten Mal, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Hier erstmal super. Einen Riesensprung, den werde ich, den üb ich noch ein bisschen, vielleicht schaffe ich ja mal einen richtigen Crash. Wer weiß, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, die Kanalisation ein, ja, schmutziger, ekliger Ort. Und Crew will unbedingt, dass wir dort hingehen und aufräumen. Und, äh, klar, den musste ich überfahren. Auf jeden Fall, die Stadt, ich weiß jetzt wieder ein bisschen, wie die Stadt aussieht. Und ich kann es mir jetzt ein bisschen merken, wo ich langen muss. Also, es geht aufwärts. Ja. Ja, wo ist der hin? Ich fahr hier grad gegen die Wand, Idiot. Ja, schießt doch, schießt doch. So, hier ist auch schon die Kanalisation. Da werden wir auch noch ein paar Mal hinkommen. Soweit ich das Spiel noch kenne. So. Auf geht's, Geschütze ausschalten. Genau, das wird sie. Und da ist ja so dunkel, da sieht man gar nichts. Keine Sorge. Wofür gibt's denn... Arschloch. Wofür gibt's denn Lichtschalter? Aha. Äh, das hier muss so ein Geschütz sein. Ziemlich ätzende Dinger. Ah, ich sag's doch. Ziemlich ätzende. Mann. Eine Schießanlage erledigt. Weiter so. Gut, wir machen weiter so. Hm? Nix da. Okay. Oh. Fuck. Fuck. Das hab ich völlig vergessen hier. Ich hab's mal nur gespielt. Ich hoffe, es hat echt geklungen. Konnte ich mir nicht vergessen. Ich hoffe, es hat ein paar von euch erschreckt. Das würd mich freuen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Egal, wir müssen weitermachen. Äh, three to go. Und was leuchtet? Oh, Metallschädel, Hilfe! Ich hoffe, das hat sich echt angehört hier. Kann ich mir echt nicht verkneifen, sorry. Also. Hier erstmal die ganzen Viecher töten und Munition sammeln. Und dann müsst ihr auch gleich wieder die... Da ist auch schon die nächste Schießanlage. Ah, freck. Die Dinger sind echt scheiße. Oh, ich bräuchte Leben. Komm schon, Leben. Ja? Oh, dunkles Eko. Nicht so einfach. Ah, scheiße, Mann. Jetzt hat's mich doch noch was... So, wo muss ich denn jetzt hin? Äh, 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 äh... Äh, 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 okay, da lang. Hä? Ne. Ah, doch, da lang. Genau. Äh, was ist denn das hier? What the... Ah, Kisten, gut. Das ist mal ein Kisten holen, dunkles Eko, das heißt, äh, Gefahr. Da leuchten ziemlich viele Metallschädel. Und jetzt zeige ich euch mal, was ganz cool ist in dem Spiel. Die dunkle Bombe. Lalalala. Und alle Gegner tot. Dafür müssen wir jetzt wieder neues Eko sammeln. Ist aber auch nicht so tragisch. Äh, Eko gibt's hier eher genug. So, das war alles, okay. Dann müssen wir da jetzt hoch. Und das hört sich ja nicht so gut an. Oh, Tiere. Tiere, Tiere. Mist. Jawoll, so geht's. Noch zwei Schießanlagen. Oh, da ist auch schon die nächste. Scheiße, Scheiße. Scheißt doch die Wand an. Jawoll. Ich mach auch weiter so. Noch eine übrig. Ah, was soll denn das hier? Mach's nicht wieder an. Na, komm her. Komm her, komm her. Na, komm her. Ja, fein. So, dann sammeln wir erstmal wieder die Metallschädel. Ah, da komm ich nicht so einfach vorbei. Erstmal da runter. Vielleicht hat sie ja einen Orb. Wär ja schön. Ah, gar nix. Scheiß, Dreck, Betrug. So, dann müssen wir jetzt hier geschickt vorbeikommen. Ey. Geschafft. Klasse Leistung, Jungs. Ihr habt alle Schießanlagen zerstört. Kommt jetzt zurück zum Hip-Hop. Hip-Hop. Ah, äh, da lebt ja noch einer. What the hell. Okay. Ich hoffe, er macht's wahr und gibt uns wirklich noch einen Waffenbonus. Das wäre nur mehr als gerecht. Ist das überhaupt richtig? Mehr als gerecht? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder raus. Und der Part ist vorbei. Ich war noch kurz hoch. Und dann, äh, sag ich mal wieder Tschüss. Also, wenn ich oben bin. Lala. Dann sag ich hier mal Tschüss, Leute. Wir sehen uns. Bis gleich.